Ich bedrohe Sie nicht. Ich bin unbewaffnet. Gut. Ich trage selbstverständlich einen Körperpanzer. Ich bin nicht schwachsinnig. Warten Sie, lassen Sie uns... Was, haben Sie keine Verstärkung? Wir veranstalten hier eine Menge Radau. Wenn Sie gebraucht werden, sind Sie da. Ich würde schon mal pfeifen. Captain, was genau denken Sie wird hier passieren? Ich bin nicht schwachsinnig. Nichts ist hier so, wie es aussieht. Er ist nicht der mutige Held. Die Allianz ist kein böses Imperium. Dies ist nicht die große Arena. Und das ist kein Weihrauch. Sir, sind Sie verletzt? Wir werden Ihnen helfen. Das war nur eine Blendgranate. Na los, hinterher! Was hast du mit meinem Shuttle gemacht? Das ist nicht dein Shuttle. Richtung Osten. Tiefflug. Okay, vergessen Sie den Impulsgeber. Müssen Sie irgendwie anders anpeilen. Versuchen Sie es mit der Satellitennavigation. Der Transport ist registriert. Es muss also eine Möglichkeit geben... Sir, haben Sie das Objekt lokalisiert? Sir, wir haben sieben. Wir haben allen Grund, uns zu fürchten. Wieso? Weil dieser Caramel verprügelt hat. So schwer ist das nicht. Sekunde mal, der hat mich nicht verprügelt. Wir hatten sowas erzählt. Nein, er ist jemand, der Glauben hat. Nein, er ist jemand, der Glauben hat. Nein, er ist jemand, der Glauben hat. Und das ist jemand, der Glauben hat. Aber wir haben ihn, dem Motto.